Akademisches Viertel, MLP Academics, L.A.I.U. und R.N.Z. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics-Podcast der R.N.Z. Hallo zusammen, Folge 32 des Akademischen Viertels mit mir, Nico Beck, und mit ihm, Jürgen Berger. Hi. Jürgen, ich sag's dir zu Beginn, es ist die Folge von mittlerweile 32, auf die ich mich am allermeisten freue. Weil du so gut erholt wieder da bist, oder? Weil ich gut erholt aus dem Urlaub bin, weil du gut erholt aus dem Urlaub zurück bist, weil Marcel, der uns hier jeweils einmal vertreten hat, jetzt auch im wohlverdienten Urlaub eilt und weil wir über einen Sieg der Academics, den Vierten in den vergangenen fünf Spielen, sprechen dürfen. Also besser geht's ja eigentlich nicht. Und die Sonne scheint in Heidelberg. Da hast du absolut recht. Und vor allem dieser Sieg, 83 zu 79 in Hamburg am Montagabend, das war ein echter Krimi wieder und aber wirklich ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, der auch der Mannschaft auf die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist und im Saisonendspurt sicher auch weiterhelfen kann. Da werden wir gleich im Detail drüber sprechen, wie es jetzt alles so zugetragen hat gegen die Towers. Dann müssen wir natürlich uns mit dem kommenden Spiel in Ludwigsburg ein Derby beschäftigen. Da werden die Academics, wie ich vorhin erfahren habe, mit so 100 bis 150 Fans hoffentlich wieder was zu feiern haben am Samstag. In der Overtime werde ich dir verraten, Jürgen, warum das Trikot der MHP-Riesen des kommenden Gegners mein aktueller Lieblingsspieler in der BBL trägt. Und dann haben wir natürlich große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wieder ein Half-Court-Shut. Denn am Sonntag in einer Woche, am 21.04. steigt bekanntlich das große Match. Die Academics empfangen in der SAP-Arena Bayern München. Und da haben wir wieder eine Karte zu verlosen. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Tipp auf! Hamburg, du hast es eben schon angesprochen, 83 zu 79 am Ende. Das war eine enge Partie. Es wurde gezittert und dafür wurde hinterher aber auch umso euphorischer gejubelt. Erzähl mal, wie hat sich das denn dargestellt? Ja, absolut. Das war wirklich ein Spiel, in dem die Academics auch viele Widerstände überwinden mussten. Zum einen hat Hamburg auch, für die ging es ja auch um was. Sie wollten ja unbedingt nach oben in der Tabelle Richtung Playoffs noch ein bisschen was gut machen. Und dann mussten die Academics zu Beginn des vierten Viertels zwei Rückschläge verdauen. Mit fünf Faus müssten jeweils die Sender Isaiah Whaley und Marcel Käsen raus. Da ist Paul Zipser sehr gut in die Bresche gesprungen. Im dritten Viertel war es Bennett Hund, der für große Entlastung gesorgt hat, hat acht Punkte in Folge gemacht. Hätten sogar zehn sein können, hat leider zwei Freiwürfe vergeben. Und dann war da noch Justin Jaworski. 31 Punkte, also er tritt immer mehr in die Fußstöpfen von Eric Washington, macht auch in der Crunch Time die wichtigen Punkte. 31 waren es am Ende. Aber es war wirklich ein Fight bis zum Schluss. Ingo Frey hat auch danach gesagt, der Kampf hat entschieden, also die Bereitschaft alles zu machen. Und man hat auch gesehen, wie Alex Vogel danach gesagt hat, dass sie jetzt aktuell einfach eine Widerstandsfähigkeit haben, die sie in der ersten Saisonhälfte nicht hatten. Und das war wahrscheinlich so der entscheidende Punkt. Ja, und die hast du gerade in der Partie auch gebraucht. Also ich habe es auch am TV verfolgt. Es war ja eine ziemlich eklige Partie. Du hast auch schon angesprochen, die fünf Fouls von Isaiah Whaley und Marcel Käsen. Früh im vierten Viertel waren sie beide raus. Und generell fand ich, auch die Schiedsrichter haben da hin und wieder dazu beigetragen, dass das Ganze so ein, ja, ich will fast schon sagen, so ein dreckiges Spiel wurde. Können wir auch gleich noch im Detail drüber reden. Der Hamburger Coach Ben Kabaloschki hat sich da ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, hat von einem Skandal gesprochen. Den habe ich jetzt nicht gesehen, um es mal vorwegzunehmen. Aber generell hat es mir einfach nicht gefallen, wie diese Partie geleitet wurde. Aber klar, als Außenstehender über Schiedsrichter sprechen, muss man immer vorsichtig sein. Aber du hast schon recht, diese Resilienz und sich auch von Rückschlägen nicht sofort ausknocken zu lassen, den Kampf anzunehmen, das ist was, was wir in den vergangenen Wochen bei den Akademics wirklich jetzt beobachtet haben, dass das funktioniert. Und, Jürgen, wir müssen es mal einordnen, von den letzten fünf Partien vier gewonnen. Diese Folge präsentiert das Team von MalaEgg. Seit 1905 spielt MalaEgg in der ersten Liga für die Verschöderung und Sanierung ihrer Immobilie, innen und außen. MalaEgg, Ihr Haus, ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de Wir reden über eine Mannschaft, die diese Serie als Tabellenletzter angetreten ist. Jetzt habe ich mal geschaut. Nur all bei Berlin, gut, die haben, glaube ich, die letzten neun gewonnen, die spielen in einer ganz anderen Sphäre aktuell, ist besser. Und die Akademics sind gleichauf mit Chemnitz, Bayern, Würzburg und Ulm über diese zugegebenermaßen relativ kurze Phase. Aber das hättest Du doch vor ein paar Wochen nicht erträumen können. Nee, absolut nicht. Aber ich glaube wirklich, der Schlüssel war die Länderspielpause Mitte Februar. Also in diesen zwei Wochen hat Ingo Freier mit der Mannschaft wirklich sehr gut gearbeitet. Man sieht immer mehr, dass da was zusammengewachsen ist und dass Justin Jaworski ein absoluter Glücksgriff ist als Go-To-Guide. Das muss man wirklich sagen. Elijah Childs liefert konstant ab. Durch ihn ist auch Isaiah Bailey viel stabiler geworden. Und was ich fast noch am wichtigsten finde, ist auch was beim Sieg gegen Kreilsheim, als Akim Vargas über sich hinausgewachsen ist, diesmal Bennett Hund. Also es kommt auch die nötige Entlastung dazu in einem Spiel, wo Elias Lazisi jetzt in Hamburg kurzfristig mit muskulären Problemen ausgefallen ist. Also da ist jetzt einfach viel... ...weil weiterhin fehlt und so. Sie haben immer noch Probleme. Es ist viel mehr Balance da irgendwie. Und sie nehmen meiner Meinung nach auch ihren Kampf immer viel besser an und lassen sich nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass du natürlich selbstbewusster wirst, wenn du Spiele gewinnst. Absolut, ja. Justin Jaworski, klar. Ich bin geneigt zu sagen, dass, glaube ich, die Akademics selbst gar nicht wussten, wie gut er eigentlich ist. Und der sorgt richtig für Aufsehen. Und was natürlich mir persönlich gut gefallen hat als alter Indiana-Pazers-Fan und Reggie Miller-Bewunderer. So ein kleiner Reggie-Miller-Moment hat er gehabt gegen Hamburg. Im dritten Viertel war es, als er einen Korbleger macht und zwei Sekunden später dann direkt einen Dreier da hinten dran lötet. Also das war schon sehr, sehr gut. Und Bennett Hund, ja, finde ich, müssen wir jetzt auch nochmal kurz drüber sprechen. Müssen wir würdigen. Nicht nur, weil Bennett das sehr gut gemacht hat. Hat ja in dieser Phase da auch noch einen Offensiv-Rebound geholt. Also auch mit vieler Einsatz. Bennett Hund, der kleinste Spieler auf dem Feld. Ja, 1,80, offiziell. Am offensiven Brett. Aber er hat ja auch in der vergangenen Partie überhaupt nicht gespielt. Richtig, ja. Das darf man nicht vergessen. In diesem wichtigen Spiel gegen Kreilsheim, Abstiegs-Duell, hat Ingo Freier gesagt, ich gehe mit anderen. Bennett hat keine Minute bekommen, war fit, war ready to go, aber durfte nicht. Und das hatte sich ja auch so ein bisschen abgezeichnet in den Wochen davor. Ich erinnere mich an diese bittere Niederlage gegen Göttingen. Da haben wir viel über Niki Würzner gesprochen, der nicht mitfahren durfte. Aber auch Bennett Hund wurde ja ungewöhnlich offen kritisiert von Ingo Freier nach der Partie. Und Freier hat so ein bisschen das Vertrauen verloren gehabt in Bennett Hund. Jetzt kann man sagen, naja, Niki Würzner, das Eigenwächs, den Publikumsliebling, einfach mal aus dem Kader gestrichen. Seitdem spielt er wieder ausgewechselt. Und Bennett Hund kommt von einer Nominierung, von einem Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft und wird ein paar Tage später einfach nicht mehr eingesetzt. Beim Tabellenletzten oder Vorletzten, der so waren. Also das sind ja schon auch mutige Entscheidungen von Ingo Freier. Weil die können ja, wenn sie die Partien verlieren, richtig nach hinten losgehen. Ist es aber nicht. Also von daher muss man sagen, der Trainer hatte recht. Auch wenn man sich jetzt anhört, was Bennett Hund nach dem Spiel in Hamburg gesagt hat. Er hat ja so ein bisschen, sage ich mal, im Augenzwürgen gesagt, er hat ein bisschen mehr Energie gehabt durch die, Anführungszeichen, Zwangspause. Hat es aber auch angenommen. Er hat gesagt, er hat Extraschichten geschoben, besonders hart trainiert. Und hat eine 1A-Leistung jetzt gezeigt. Also wenn der Trainer ihn hat kitzeln wollen, hat es geklappt. Ja, wobei da muss man sagen, das hat auch Ingo Freier immer betont, man kann Bennett Hund nichts vorwerfen, was Einsatz angeht, was Einstellung angeht. Extraschichten macht er immer, auch nach der Petrie gegen Göttingen. War er alleine auf dem Feld und hat noch Dreier genommen. Nach dem Heimspiel gegen Kreilsheim, als er gar nicht gespielt hatte, hat er Dreier genommen danach. Aber wenn es einfach mal so diesen Moment braucht, ihn mal rauszunehmen oder einfach nur zu zeigen, hey, hier muss, wenn du eingewechselt wirst, Leistung kommen, hier ist Druck da. Und die Spieler so antworten, ja wunderbar. Er hat auch Akim Vargas übrigens mal, nachdem er den ja so gelobt hatte nach seinem Debüt, hat er ihn auch mal rausgelassen. Und guck dir an, was Akim Vargas gegen Kreilsheim gemacht hat. Also wenn das die Lösung ist, ja gut, dann lassen wir halt das nächste Spiel, Justin Jaworski vielleicht lieber nicht, aber mal Isaiah Whaley draußen und wenn er uns danach dann die Partie holt. Also Hut ab, wirklich, du hast ihn eben auch schon gelobt. Ingo Freier hat mit der Mannschaft was gemacht. Das sieht man und er trifft unbequeme Entscheidungen, er trifft mutige Entscheidungen und bislang fruchten sie. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, wenn es in der BWL brennt, vergesst die 112, ruft ingo Freier an. Weil er ja wieder auf dem besten Wege ist. Wir haben gesagt, vier von fünf hat er gewonnen. Göttingen hätten sie auch schon gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist. Und wo steht er jetzt insgesamt? Ich glaube von zwölf, fünf gewonnen. Das ist eine Bilanz, da hast du mit dem Abstieg nichts zu tun eigentlich. Deswegen, Chapeau. Und was mir halt besonders gut gefällt, Jürgen, nach so einer Partie in Hamburg, ja, dann wird gefeiert. Aber du siehst nach dieser Serie und dass da die Academics endlich wieder konkurrenzfähig sind, selbst wenn die Partie jetzt verloren gegangen wäre. Ja, sie sind wieder dran, das ist wichtig. Du verlierst nicht mit 25 und mit 30. Du kannst danach wieder, Shai Eli wohnt ja mittlerweile in Hamburg, habe ich gesehen, mit seiner Frau Matthias Lautenschläger, die waren da im Austausch. Und Alex Vogel ist über das Feld gelaufen, hat gestrahlt. Du siehst die wieder lächeln, da ist wieder Hoffnung da. Und wir sind wieder eine konkurrenzfähige Bundesliga-Mannschaft. Das stimmt, sehe ich genauso wie du. Und einen Punkt will ich gerne ansprechen, also die Einsatzzeit von Justin Jaworski. Der hat wieder fast 39 Minuten gespielt. Also das ist ja wirklich Marathon-Mann. Also da ist es auch wirklich wichtig, dass in den nächsten Spielen weiterhin diese Unterstützung von den Teamkollegen da sein wird. Und klar, Justin Jaworski ist aber offenbar auch bereit, diese Last zu schultern. Das macht er gut, weil er auch in den entscheidenden Phasen auch immer wieder wichtige Würfe nimmt und trifft. Lass uns noch kurz, wir wollen es auch gar nicht zu sehr ausweiten, aber wenn wir schon die entscheidende Phase ansprechen, über diese Schlussszene sprechen. Benka Baloschki, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Trainer, der Hamburger, hat sich ziemlich aufgeregt, ziemlich echauffiert. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, es geht mir überhaupt nicht um den Drive von Al Durham. Es geht mir darum, dass Oleg Djeva beim Rebound gefoult wird. Und es geht mir darum, dass Akin Vargas in der Mitte floppt. Und in so einer entscheidenden Situation wird es nicht gepfiffen. Such dir eine von den drei Situationen aus und mach den Pfiff. Es ist alles faul. Such dir was aus. Er hofft, es hat jetzt mal Konsequenzen, dass man auf den Tisch gehauen wird und dass die Schiedsrichter so ein Spiel entscheiden, das täte weh. Und das hat mich unfassbar geärgert, weil ich fand die Schiedsrichterleistung auch bescheiden. Aber sie haben eben das Spiel nicht entschieden. Sie haben ja auch bei den fünften Fouls von Marcel Kessner und Isaiah Whaley, die waren auch umstritten zumindest die Entscheidung. Ja, aber viel schlimmer ist es doch, wenn in so einer Situation, was sagen wir denn immer als Basketballfans? Lass die Spieler das Spiel entscheiden. Und wenn dann so ein Pfiff kommt bei einem Rebound, also das hätte ich mal sehen wollen. Wenn Alex Djeva, der da mit drei Heidelbergern nebeneinander hochspringt und natürlich berührt wird, der berührt sie ja auch. Wenn das faul gepfiffen wird und dann steht er an der Freiluflinie und das Ding geht in die Overtime und geht verloren. So haben es nämlich die Spieler entschieden. Und das war tatsächlich meiner Meinung nach das Beste, was die Schiris gemacht haben. Dass sie nach all dem, was sie gepfiffen haben und was sie nicht gepfiffen haben, haben, dass sie die Situation haben laufen lassen und eben nicht die Partie mit ihrem Eingreifen entschieden haben. Aber gut, in Hamburg, da ist man ein bisschen hinter den Erwartungen zurück und vermutlich liegen da auch die Nerven ein bisschen blank. Er hat, glaube ich, auch schon nach zwei Minuten sein Jackett weggefeuert, was ihm da ein bisschen heiß wurde an der Seitenlinie und auch so, was man gehört hat bei den Auszeiten. Ja, der war total unter Strom. Auch der hat ja auch, ich meine, die hatten 18 Turnover, haben 68 Prozent Freiwürfe nur getroffen. Ich glaube, zehn Stück haben sie versemmelt. Klar, dass der da sich ärgert, weil es war eigentlich so die letzte Chance, so ein bisschen nach oben zu gucken oder zu rutschen vielleicht. Aber trotzdem, also auch im Eifer des Gefechts, ich fand es genauso wie du eigentlich eine Nummer zu stark. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, er hat natürlich dann auch gesagt, deswegen haben sie nicht verloren. Sie hatten die 18 Turnover, gut, hatten die Academics aber auch 16. Ja, allein neun von Justin Jaworski. Genau, sie haben Z-Offensive Rebounds zugelassen, das haben die Heidelberger aber auch. Und die Dreierquote war schlecht. Ja, bin ich bei ihm und deswegen haben sie nicht wegen der letzten Szene die Partie verloren. Trotzdem macht er das Fass halt auf und sagt explizit zwar, dass es darum nicht geht, aber zwischen den Seiten ist ja klar, was er meint. Und was ich auch total wild fand, dass er sich über dieses Flopping von Akim Vargas, ja, der kommt da ins Straucheln und fällt, vielleicht hätte er auch stehen bleiben können, dann hat er vielleicht sogar einen Punkt. Aber in der Partie gab es auch genug Hamburger, die einen Foul ziehen wollten, das vielleicht keins war. Und generell, wie er so in den Auszeiten mit seinen Spielern gesprochen hat, ich erinnere mich, dass die Heidelberger da, 76, 72 stand es glaube ich, im vierten Viertel, nimmt er eine Auszeit und die Heidelberger freuen sich und laufen zur Bank. Und dann hat er, also da Hortreich, seinen Schützlingen erzählt, dass das Spiel nicht 36, sondern 40 Minuten geht und dass er mal gucken soll, dass die schon feiern, aber sie werden es nicht gewinnen, das Spiel. Also, ja, der war schon gut drauf, der Junge. Gut, dann haben wir Hamburg sozusagen abgehakt. Hamburg im Sack. Hamburg im Sack und Ludwigsburg als nächsten Hüpfer entfernt, sozusagen. Crunch-Time! Genau, fahren voller Zuversicht nach Ludwigsburg zu einer Mannschaft, die auch wirklich Probleme hat und hinter den Erwartungen zurück ist. Ja, sie haben jetzt am Dienstag, wir zeichnen Mittwoch auf, haben sie in der Champions League das Halbfinale verpasst, haben das Rückspiel gegen den spanischen Klub Murcia mit 72 zu 85 verloren. In der Liga haben sie auch die letzten zwei verloren, aber gegen keine schlechten Gegner, haben bei Alba Berlin das letzte Spiel und davor zu Hause gegen Ulm 60-94 ziemlich deutlich abgeben müssen. Und für die geht es auch noch was. Also, wenn man auf die Tabelle guckt, also sie sind jetzt Platz acht, könnten aber theoretisch auch noch auf fünf vorrutschen. So eng ist es da. Ja, aber du sagst ja schon Platz acht, das ist einfach für Ludwigsburger Verhältnisse zu wenig. Die letzten vier Jahre jeweils im Playoff-Halbfinale, bessere Serie oder konstantere Serie als alle anderen Teams, reicht das natürlich nicht. Das reicht auch den Verantwortlichen nicht. Josh King, der Trainer, hat am grünen Donnerstag mitgeteilt bekommen, dass er in der neuen Runde kein Trainer mehr sein wird. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon offiziell bestätigt ist, aber offenbar soll John Patrick zurückkehren, der langjährige Erfolgscoach. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, seit klar ist, dass es mit Josh King zumindest nicht in der neuen Saison weitergeht, ist alles noch viel schlimmer geworden, weil sie so ein bisschen ihre Identität verloren haben. War eigentlich eine defensiv starke Mannschaft, stark im Rebound. Und ich habe mir gerade mal die Statistik angeschaut, gegen Alba Berlin, dieses 91 zu 100, also wenn du 100 Punkte kassierst, egal von wem, dann ist das mit Sicherheit kein Beleg für gute Defense. Und dann haben sie die Rebound-Battle gegen Alba 20 zu 45 verloren. Also das ist schon brutal. Das ist brutal, ja. Michael Hughes, den sie verpflichtet hatten, als dann Elijah Giles so ein bisschen überflüssig wurde und nach Heidelberg geschickt wurde. Der ist inzwischen auch schon wieder Geschichte, der hat nicht richtig geliefert. Dafür, du hast es letzte Woche angesprochen, haben sie ja Ariel Hockporty neu mit dazu bekommen. Aber das ist eine Mannschaft, da ist einiges im Argen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir direkt tippen wollen, Jürgen, aber ich sehe da die Academics auf dem besten Weg, einen fünften Sieg der vergangenen sechs Spiele einzufahren. Ja, ich war ja schon erleichtert, dass ich jetzt letzte Woche mal richtig getippt habe. Auch ganz begeistert. Ja, und mein Gefühl ist auch positiv vor diesem Spiel. Mit Rebound-Schwäche, da will ich jetzt mal kurz mit Ariel Hockporty einhaken. Also der hat jetzt gegen Murcia das erste Mal gespielt, hat in knapp 18 Minuten sieben Punkte und zehn Rebounds geholt. Und der war in Australien, hatten wir ja letzte Woche auch angesprochen, Vizemeister mit Melbourne, hat da gegen Jack McVay, den Ex-Heidelberger, und seine Tasmania Jackjumpers die Serie verloren. Der war dort der drittbeste Rebounder in der Liga und der beste Shotblocker. Und mit 2013, er will sich ja für den NBA-Draft jetzt empfehlen, das ist schon nochmal eine Verstärkung. Natürlich musst du sehen, wie schnell er integriert werden kann. Und trotzdem, auch mit ihm werden die Academics meiner Meinung nach, wenn sie so auftreten wie in Hamburg, eine Chance haben. Aber der gibt, glaube ich, Ludwigsburg schon nochmal einen Push. Ja, definitiv. Also ich will jetzt auch gar nicht falsch verstanden werden. Es ist nicht so, dass die Academics da hinfahren und alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Enttäuschung. So weit sind wir noch nicht. Ja, aber vor der Runde, oder sagen wir mal nach so einer Halbserie, die ja wirklich bescheiden lief, Ludwigsburg auswärts zu schlagen, war eigentlich völlig unvorstellbar. Ja, absolut. Und das ist halt das, was sich in den letzten Wochen geändert hat. Also da kann man wirklich hoffnungsfroh hinfahren. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Fanfahrt gibt es erneut. Und da wird es also mit 50 Leuten im Bus, die sich da am Dome treffen, mit Sicherheit eine Party vor der Partie geben und vielleicht eben dann auch die Party, nach der Party. Ja, zumal auch Elijah Childs sicherlich top motiviert gegen seinen Ex-Klub sein wird. Und er ist ja auch so ein bisschen vielleicht untergegangen jetzt bei der Betrachtung des Hamburg-Spiels. Also ich finde, seine Rolle, er hat jetzt keine 20 Punkte gemacht oder so, aber allein durch seine Präsenz unter dem Korb, finde ich, gibt er der Mannschaft sehr, sehr viel, was du vielleicht auch auf dem Statistikbogen teilweise auch gar nicht zuwider findest. Ja, absolut. Also Elijah Childs, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, und Justin Jaworski, waren die Game Changer, bislang zumindest. Und bin auch schon sehr gespannt, wie er da in Ludwigsburg auftritt. Ich bin mir sicher, aktuell würden sie sich wünschen, in Ludwigsburg, sie hätten ihn nicht weggeschickt, weil er so auftrumpft in Heidelberg, damit war mit Sicherheit nicht zu rechnen. Aber dein Favorit, was Ludwigsburg betrifft, ist ja ein ganz anderer. Overtime. Genau. Man darf ja hier auch mal ein bisschen scherzen in unserem Podcast, und wir sind ja jetzt nicht die ganz ernste Gesellschaft. Und dafür haben wir unsere Overtime. Ich bin tatsächlich großer Fan von Dejua Bui. Okay. Nicht nur, weil der im Testspiel, damals im OSP, vor der Saison, einen ganz wilden Dreier genommen hat, aus dem Lauf gegen zwei Gegenspieler, um den Ludwigsburgern den Testspielsieg gegen die Academics zu bescheren, sondern weil er der einzige Basketballer, ich würde sogar behaupten, in der Geschichte des Sports ist. Okay. Wow. Da bin ich jetzt immer mal gespannt. Der nicht bei seiner Reise über den großen Teich kleiner wurde, als er dann in Deutschland gemessen wurde, sondern größer. Okay. Und zwar war das eine schöne Überraschung für alle in Ludwigsburg. Sie haben einen Spieler verpflichtet, zugegeben aus der zweiten türkischen Liga. Nicht direkt aus den USA. Also er ist in New York, in der Bronx ist er aufgewachsen. War angegeben mit einem Meter 79. Er ist aber 1,82 Meter groß. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist für Basketballer auch gar nicht so unwichtig. Und das alleine reicht noch nicht, um in meiner Gunst ganz oben zu stehen. Aber er hat es auch erklärt, denn er ist nämlich selbst schuld daran, weil er sagt, er wäre schon immer in Mathe schlecht gewesen. Und er hat es also so erklärt, Mathematik war noch nie meine Stärke und das Umrechnen von Fuß auf Meter ist eine Wissenschaft für sich. Da muss ich kapitulieren. Da verstehe ich, dass er dir sympathisch ist. Das heißt, er war wahrscheinlich, keine Ahnung, 5'11 in den USA und da hat er es umgerechnet für seine Karriere in Europa und kam dann auf 1,79 Meter, obwohl es eigentlich 1,82 Meter sind. Ja, und er hat sich einmal mit Schuhen gemessen, einmal ohne. Ja, wie gesagt, das ist ja der Klassiker, dass man in Amerika mit Schuhen misst, was ja auch Sinn macht, weil du auf dem Basketballfeld stehst ja nun mal auch mit Schuhen, aber dass man sich da tendenziell eher ein bisschen größer macht, weil das eben dann verlockender ist in der Vita und wenn man dann in Deutschland aus dem Flieger aussteigt, ist man da ein bisschen geschrumpft, oft. Bei ihm war es anders und das war so vor der Saison in Ludwigsburg ein kleines Highlight. Der Trainer hat gesagt, naja, ich wurde auch schon unangenehmer überrascht, also das passt ganz gut und der Präsident Alexander Reil hat gesagt, wunderbar, aber einen Nachschlag für die drei Zentimeter wird es nicht geben. Also er wird nicht nochmal nachverhandelt haben. Aber eine schöne Geschichte, weil wie gesagt, normalerweise ist es andersrum und dann kommt dazu, dass er auch noch ein ganz guter Spieler ist, also einer, den die Akademiks im Griff haben müssen, Dejuwa Bui. Dann gibt es aber auch noch einen J-1 Graves, mit Sicherheit der Go-To-Guy in dem Team, einer der besten Spieler in der Bundesliga. JB, Jonathan, Bäre, wie ich finde, einer der unterschätztesten Spieler in der ganzen Liga, weil er nicht die ganz großen Zahlen in der Offensive auflegt, aber ein brutaler Spieler. Also wir haben da vielleicht einen falschen Eindruck vermittelt, das wird alles andere als ein Selbstläufer, aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich zuversichtlich bin, du auch, und weil wir eben Dejuwa Bui verwundern dürfen. Da bin ich immer gespannt. Ja. Mathematik, Stichwort, wie unsere Hörer vielleicht schon mitbekommen haben, ist auch nicht so unsere größte Stärke, aber offenbar ist es die Stärke von Jürgen Schwabe, den kennen unsere Hörer schon, weil er großzügigerweise seine Dauerkarte zur Verfügung stellt. Der hat nämlich mal ein bisschen gerechnet, Jürgen, jetzt pass mal auf. Und zwar könnte es ja durchaus sein, dass wir die kurioseste Situation bekommen, dass am Ende der Runde gleich sechs Mannschaften, nämlich die letzten sechs, Punktgleich sind. So eng gehst du im Tabellengelder. Und dann kommt es eben auf den direkten Vergleich, eben auf einen Sechser-Vergleich an. Jetzt hat er sich mal angeschaut, von den bislang 26 ausgetragenen Partien würde sich aktuell folgende Tabelle ergeben. Göttingen vor dem MBC, vor den Merlins, vor den Seawolves, vor den Academics und den Tigers. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Dann wären wir nämlich unterm Strich plötzlich wieder. Und es stehen allerdings noch vier Spiele aus. In diesen direkten Duellen hat er uns geschrieben, Seawolves gegen Merlins, Göttingen gegen MBC, MBC gegen die Academics und die Academics gegen die Tigers. Und was lernen wir jetzt daraus? Also, da müssten natürlich noch ein paar andere Ergebnisse passen, dass es zu dieser kuriosen Konstellation kommt. Aber ein Sieg gegen Ludwigsburg und vor allem dann auch in den direkten Duellen gegen den MBC in Tübingen würde schon extrem helfen. Das ist absolut richtig. Vielleicht allerdings wird es auch ein Sieg gegen Bayern München. In der SAP Arena wäre das ja ein gutes Pflaster, um den Coup zu landen. Und da suchen wir jetzt wieder jemanden, der sozusagen auf Kosten von Jürgen Schwabe sich das Spiel vor Ort anschaut. Ich habe mich da auch noch mal versichert. Am Platz, am durchaus guten Platz hinter der Heidelberger Bank ändert sich nichts. Nur das Umfeld ist einfach ein bisschen größer, ein bisschen imposanter in der SAP Arena. Und jetzt haben wir uns überlegt, Jürgen, was wollen wir denn von unseren Hörern wissen? Wie gewinnt man denn diesen Platz? Indem man uns einen Vorschlag macht, in so ein bisschen Anlehnung, zieht den Bayern die Lederhosen aus, was denn die Academics-Fans singen oder schreien oder rufen sollen, damit die Münchner, die ja bestimmt mit einer starken Mannschaft kommen werden, nachdem sie in der Euroleague ausgeschieden sind, so ein bisschen Knieschlottern bekommen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir versuchen ja hier auch nachhaltig eine Fankultur zu etablieren und werden auch nächste Woche, ein kleiner Vorgriff, uns mit dem ersten offiziellen Fanklub, den es inzwischen gibt, der Academics beschäftigen. Und da finde ich, es ist so ein schöner Schlachtruf, der vielleicht dann von Heidelberg raus in die ganze BBL hallt und aufgegriffen werden könnte, a la ziehe ich den Bayern die Lederhosen aus, doch eigentlich eine gute Idee. Ja, also strengt euch an. Genau. Lasst euch was einfallen, schickt es uns an die E-Mail-Adresse podcasts.rnz.de Das macht ihr bitte auch generell, wenn ihr lobt, Kritik oder anderes Feedback für uns habt und wer da besonders kreativ ist, der darf sich in der nächsten Woche über ein Ticket für die Partie der Academics gegen Bayern München freuen. Ja, und wenn du uns noch ein Abo bei Spotify oder sowas da lasst, sind wir natürlich auch noch sehr glücklich. Natürlich, natürlich. Gut, dann sage ich vielen Dank, Jürgen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Geht mir genauso. Darauf habe ich jetzt geratet. Das hast du gemerkt. Gerade noch die Kurve gekriegt. Genau, gerade noch so und ja, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich nach einem fünften Sieg im sechsten Spiel. Das wär's. Ciao. Ciao, ciao. Das war's mit Akademisches Viertel der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ.